Ja, da freut sich jemand. Einmal über Steuermann rüberzieht das Video. Das sieht so schön aus mit dem Feld. Ich glaube, wir würden das vielleicht im Winter machen. Ja, das wäre geil. Einmal Video. Schön hart am Winter. Also, die gehen ja sogar ohne Verklicker. Das muss man eigentlich bei der Preisverleihung gleich mitberechnen. Ich meine, er hat so viel Zeit, da droht man ja nicht mehr an. Jetzt zeig ich eigentlich genau in die falsche Richtung. Die haben ihre Privatböde abbekommen. Ich danke dir schon. Vielen Dank.